Und oft geschieht es, wenn man sich darüber unterhält, was man leider auch viel zu selten tut, dass man den Satz hört, ja, werden wir denn bereit sein? Werde ich bereit sein? Eigentlich gar keine schlimme Frage, wenn man so drüber nachdenkt. Aber wenn man mal genauer hinschaut und sich vertieft in diese Frage, die diese Menschen stellen, dann muss man sagen, es ist ein Armutszeugnis über ihren Glauben. Was meine ich damit? Ich möchte drei Verse lesen aus dem ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 6. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüdern, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen, werden Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Jetzt möchte ich nochmal auf diese Aussage zurückkommen, die ich eben gesagt habe. Wenn wir nicht sicher sind, ob wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir da Zweifel haben, beweisen wir damit, dass noch Finsternis in unserem Leben ist. Also die Sorge entspringt einem unheiligen Leben, das wir oder das manche Christen immer noch führen. Denn nur die, die in der Finsternis leben oder wo Finsternis im Leben zugelassen wird, die werden nicht vorbereitet sind. Für sie kommt Jesus überraschend, weil sie nicht im Licht wandeln, sondern in der Finsternis. Und darüber spricht hier Paulus an die Thessalonicher. Und als ich über diesen Abschnitt so nachgedacht habe, besonders über die Verse 4 und 5, dann ist mir aufgefallen, dass man diese beiden Verse auf zweierlei Art und Weise verstehen kann. Einmal als eine Aussage, dass Paulus sagt, Ihr seid ja Söhne des Lichts und Töchter des Lichts, ihr seid ja Söhne des Tages, wir gehören nicht zur Nacht. Das ist eine Feststellung. Auf diese Art kann man den Vers 4 und den Vers 5 verstehen. Auf der anderen Seite kann es auch eine Ermahnung sein, auch als Ermahnung verstanden werden. Ihr aber, Brüder, seid bloß nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid doch Söhne des Lichts, ihr seid doch errettet worden. Der Herr hat alle Finsternis hinweggetan aus eurem Leben. Ihr seid doch Söhne und Töchter des Lichts. Und ich vermute und ich denke, dass Paulus auch wirklich beides gemeint hat. Dass er zu denen, die im Licht wandeln, sollte es Ermutigung und Trost sein, aber denen, die Finsternis zugelassen haben, sollte es Ermahnung und auch Warnung sein. Ja, jetzt stellt sich uns die Frage, was empfinden wir, wenn wir diese beiden Verse lesen? Ist es eher Trost und Ermahnung, Trost und Ermutigung, dass wir sagen, ja, Gott sei Dank, ich bin im Licht, ich darf durch Gottes Gnade im Licht wandeln, Gott sei Dank? Oder muss ich eher beschämt meine Augen senken und sagen, nee, es ist eher eine Warnung an mich, eine Ermahnung an mich? Was empfinden wir, wenn uns gesagt wird, dass das Kommen des Herrn kurz bevorsteht? Jetzt gerade in der Pandemie wurde ja doch der Gedanke öfters auch ausgesprochen, das Kommen des Herrn ist wirklich nah und das ist so ein klarer Vorbote davon. Was empfinden wir, wenn wir das hören? Eher Unbehagen oder Freude? Was drückt der Ausruf oder was bewirkt der Ausruf? Der Bräutigam kommt in uns. Ist das eher ein Schreckensruf oder ein Freudesruf, dass wir wissen, bald ist es zu Ende und wir dürfen endlich beim Herrn sein? Was empfinden wir, wenn wir an die Wiederkunft Jesu denken? Doch bevor wir vielleicht uns diese Frage beantworten können, müssen wir erst einmal herausfinden, was hat Paulus hier gemeint? Was hat er gemeint, dass keine Finsternis in uns sein sollte, dass wir Söhne und Töchter des Lichts sein müssen, sein sollten? Welcher Bereich unseres Lebens ist denn gemeint? Wo sollen wir Söhne und Töchter des Lichts sein? Ich möchte dazu eine weitere Stelle lesen aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das heißt, nicht nur im Gottesdienst gottesfürchtig handeln und sich verhalten oder vorbildlich sein, sondern egal, was wir tun, alles soll zur Ehre Gottes dienen und in allem sollen wir Söhne und Töchter des Lichts sein. Was hier auffällt in diesem Vers, dass Essen und Trinken besonders hervorgehoben wird. Essen und Trinken und dann alles andere, auch mit eingeschlossen. Warum hat Paulus das hier so besonders hervorgehoben? Essen und Trinken. Das drückt unseren Alltag aus. Das ist unser Alltag. Und der Alltag ist die Zeit oder der Zeitabschnitt, wo wir am meisten Zeit verbringen. Das nimmt die meiste Zeit in Anspruch unser Alltag. Essen, Trinken, Schlafen, zur Arbeit gehen, Einkäufe tätigen und vieles andere. Das ist unser Alltag. Und ich denke, Paulus hat das deshalb so hervorgehoben, weil er uns sagen wollte, der Alltag, das ist das, worauf es ankommt. Das ist die größte Herausforderung. Da müsst ihr aufpassen. Weil im Gottesdienst fromm zu wirken, das dürfte den wenigsten schwer fallen. Diese zwei Stunden, das schaffen wir auch, uns gut zu verhalten und fromm zu sein und vorbildlich zu sein. Das dürfte kein Problem sein. Aber im Alltag, in den Familien, auf der Arbeit, in der Schule, an der Uni oder wo auch immer, da geht es ans Eingemachte. Da fallen die Masken und da müssen wir beweisen, ob wir wirklich Söhne und Töchter des Lichts sind. Ich möchte einfach auch zwei Beispiele nennen, dass wir einfach konkret mal so zwei Beispiele auch uns vor Augen führen aus dem Alltag, wo wir einfach schauen, wie würden Söhne und Töchter des Lichts handeln darin, in dieser Situation und wie handeln Menschen, die Finsternis in ihrem Leben haben. Ich habe das nicht aus einem Buch herausgelesen, diese Beispiele, sondern einfach in mein eigenes Leben geschaut und gemerkt, da ist einiges, was nicht Licht ist, einiges, was da Finsternis ist und was vor Gott gebracht auch werden muss. Und ich möchte auch etwas Grundsätzliches sagen. Wenn wir sündigen oder wenn wir uns falsch verhalten, dann bedeutet das nicht sofort, dass wir Finsternis in uns haben. Es bedeutet nicht, dass wir sofort Finsternis in uns haben. Jemand sagte mal, hinfallen ist menschlich, aufstehen ist göttlich, liegen bleiben, das ist teuflisch. Also Finsternis kehrt erst dann in uns ein, wenn wir liegen bleiben, wenn wir nicht gut machen, wenn wir die Sünde einfach nicht unter das Kreuz bringen und sie immer wieder tun. Es geht also um das Verharren in der Sünde. Jetzt möchte ich zwei Beispiele nennen. Wir haben eben von Essen und Trinken gehört. Ich möchte unsere Tischgemeinschaften einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ich bin mir sicher, dass die meisten von uns, die wir Kinder Gottes sind, auch ein Tischgebet sprechen. Und es gibt verschiedene Tischgebete und eins geht dann so, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschertet hast. Ist ein schönes Tischgebet, wie ich finde. Ja, stellen wir uns vor, Jesus würde diese Aufforderung mal wörtlich nehmen und er würde als stiller Gast an unserem Esszimmertisch sitzen und einfach unserem Essen beiwohnen. Wir beten ja so. Stellen wir uns vor, es ist wirklich so und er sitzt dort. Was würde er sehen? Was würde er an unseren Tischen hören? Würde er dort sehen, dass sich die ganze Familie angeregt unterhält, dass jeder zu Wort kommen kann, dass man aufeinander Rücksicht nimmt? Würde er dort sehen, dass Eltern Anteilnahme haben am Alltag ihrer Kinder, dass sie sich für den Alltag ihrer Kinder interessieren und dass dieses Interesse nicht geheuchelt, sondern wirklich echt ist? Würde er dort Kinder sehen, die auch gerne mit den Eltern reden, weil sie sie respektieren und sie lieben und sie ehren und nicht sofort, nachdem aufgegessen oder nachdem sie aufgegessen haben, in ihre Zimmer verschwinden? Würde Jesus dort auch vielleicht hören, dass man über ihn spricht, am Esszimmertisch, beim Essen, über seine Wunder, über seine Werke, darüber, dass Gott gut ist? Wird er das auch hören? Wenn unsere Tischgemeinschaften so oder so ähnlich verlaufen, wenn sie wirklich auch gewinnbringend sind für alle, für die ganze Familie, dann können wir sagen, dass dort Söhne und Töchter an diesem Tisch sitzen. Aber leider, ich denke, das werdet ihr auch dann der eine oder andere zugeben, sieht es oft ganz anders aus. Da redet nur der eine oder nur zwei, alle anderen müssen schweigen, weil man auf sie keine Rücksicht nimmt, keiner kommt zu Wort. Da haben die Eltern kein Interesse an den Nöten ihrer Kinder, an den kleinen und großen Sorgen, die sie haben und man ist einfach gleichgültig darüber, man redet nur über eigene Themen eventuell. Das sind dann die Kinder, die auch nicht gerne mit den Eltern reden wollen, schnell sind sie weg, wenn sie satt geworden sind, weil sie einfach den Respekt und die Wertschätzung den Eltern gegenüber verloren haben. Und anstatt sich über das Wort Gottes zu unterhalten, da macht man lieber vielleicht niveaulose Witze, man redet über den einen, man lästert über den einen, der so komisch ist und über den anderen, der einfach nur nervt und wir merken gar nicht, wie wir in dieser üblen Nachrede buchstäblich gefangen sind. Und ich denke, auch nicht selten kommt es vor, dass Zank und Streit unsere Tischgemeinschaften beherrscht. Und das ist sehr unschön. Und kann man sagen, dass so eine Familie, wo es so oder so ähnlich zugeht, dass sie wirklich Söhne und Töchter des Lichts sind? Ich denke, dass keiner wird die Frage mit Ja beantworten. Und konsequenterweise müssen wir dann sagen, wenn sie keine oder in dieser Situation keine Söhne oder Töchter des Lichts sind, dass auch da Finsternis in ihnen ist, wenn das ein Dauerzustand ist. Natürlich kann es vorkommen, dass es mal Unstimmigkeiten am Tisch auch gibt, das ist klar. Aber wenn es ein Dauerzustand ist, dann ist es sehr, sehr bedenklich und wir beweisen damit, dass wir da auch Finsternis zugelassen haben. Aber Gott sei Dank muss ein Dauerzustand kein Dauerzustand bleiben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 Und weil das Leben in der Familie sehr viel Weisheit erfordert, gibt es noch eine zweite Bibelstelle, die ich vorlesen möchte, aus Jakobus 1, Vers 5 Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Darum will Gott uns einfach helfen, wenn wir da schuldig geworden sind, dass wir bei Gott Vergebung finden und auch Weisheit, um es besser zu machen. Ein zweites Beispiel möchte ich anführen und das ist unser Verhalten im Straßenverkehr. Das ist auch Alltag. Als ich über diesen Punkt nachgedacht habe, war ich praktischerweise gerade am Auto fahren und das hat Gott ausgenutzt, um mir eine praktische Lektion zu erteilen, wie man es nicht machen sollte. Ich fuhr gerade und war so in Gedanken über diesen Punkt und dann kommt so ein langer und langsamer Lkw direkt vor mir raus und fährt auch noch in meine Richtung. Ich muss auf 20 runter bremsen und ich merke sofort, wie natürlich der Ärger in mir aufsteigt. Und wo ich mich gerade ärgern wollte und loslegen wollte mit Schimpfen über diesen Verkehrsrüpel, dann habe ich sofort gedacht, halt, du denkst darüber nach, wie wir Söhne und Töchter des Lichts sein können und jetzt bei so einer belanglosen Kleinigkeit willst du sofort hier dich aufregen über diesen Menschen, der dir die Vorfahrt vielleicht genommen hat. Und ich musste dann beschämt meinen Ärger hinunterschlucken, weil ich gemerkt habe, ja, auch da bin ich schuldig geworden. Und ich habe mir gedacht, wo bleibt da die göttliche Gelassenheit, auch in meinem Leben, bei solchen alltäglichen Situationen, alltäglichen Dingen. Und ich möchte auch uns dies alles einfach ans Herz legen, weil auch das eine Situation ist, die wir oft erleben. Wir alle fahren ziemlich viel und immer wieder werden wir herausgefordert, uns zu ärgern, anderen die Vorfahrt zu nehmen, irgendwie uns nicht korrekt im Straßenverkehr zu verhalten. Auch da können wir beweisen, dass wir Söhne und Töchter das Licht sind. Jetzt mag der eine vielleicht denken, ja, das ist doch so eine Kleinigkeit. Autofahren, ja gut, dann fahre ich halt mal über Vorfahrtsschild oder ich fahre mal halt über Rot und überhole von Rechts statt von Links. Das ist doch nur eine Kleinigkeit. Aber erstens gibt es bei Gott keine Kleinigkeiten. Es gibt keine Bagatelle. Und zweitens möchte ich uns eine Situation beschreiben, wo wir bestimmt anders handeln würden. Stellen wir uns vor, Jesus würde die Tür aufmachen und würde einsteigen als Beifahrer. Würden wir all die Dinge, die wir für eine Kleinigkeit halten, dann immer noch tun, wenn Jesus nebendran sitzen würde? Ich denke, im Grunde unseres Herzens wissen wir, dass es nicht in Ordnung ist. Nur wir können oder wollen es nicht lassen, deswegen versuchen wir es, kleinzureden. Und mir geht es eigentlich nicht so sehr um diese Sache selbst, sondern darum, dass wir Sünden für Kleinigkeiten halten, dass wir Sünden selber klein machen und damit meinen, das müssen wir nicht in Ordnung bringen. Das ist nicht richtig. Und ich möchte dazu als Vers nochmal lesen aus Psalm 19, der uns das auch nochmal ganz gut zeigt. Psalm 19, Vers 13. Das ist ein Gebet Davids und er sagt dort, Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Und Sünden sind oft deshalb verborgen, weil wir sie für eine Kleinigkeit halten und ihnen keine Beachtung schenken. Wir sagen, das ist doch eine Kleinigkeit, also vergessen wir es. Brauche nicht daran zu denken. Nein, auch das nennt David und das nennt auch Gott Sünde. Sie müssen bekannt werden, auch wenn wir sie für Kleinigkeiten halten. Bei Gott gibt es keine Kleinigkeiten. Wir müssen sie bekennen und sie auch lassen. Gott legt heute seine Finger in die wunden Stellen unseres Alltags. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Bereiche und Situationen, in denen wir beweisen dürfen, auf ihr Söhne und Töchter das Licht sind. Ich habe erst nur zwei genannt, auch aus Zeitgründen, aber wir sollten einfach auch heute und auch in den nächsten Tagen uns überlegen und prüfen, wo ist auch in meinem Leben noch Finsternis? Einfach unser Leben mal durchgehen, unser Handeln, unsere Situation und fragen, Herr, wo ist Finsternis? Wo darf oder wo sollte dein Licht hineinscheinen sein und die Finsternis vertreiben? Wir haben gehört, dass wir darauf achten sollen, wie wir mit unseren nächsten Personen, mit unserer Familie umgehen, ob wir da Söhne und Töchter das Licht sind. Es ist nirgendwo schwieriger, ein Vorbild zu sein, als zu Hause, bei denen, mit denen man täglich Umgang hat, aber bei Gott ist viel Vergebung und bei Gott ist auch viel Weisheit. Wir werden beides erhalten, wenn wir ihn darum bitten. Und dann sollten wir bedenken, dass es bei Gott keine Kleinigkeiten gibt. Es ist mir wichtig, dass wir das einfach auch mitnehmen. Es gibt bei Gott keine Kleinigkeiten. Und wer Sünden als solche bezeichnet, der beweist damit, dass er nicht in der Heiligung lebt. Wie meine ich das? Wenn wir zum Glauben kommen, dann zeigt Gott uns zuerst die Großen und die Groben Sünden. Man kann also sagen, dass Gott ein grobes Sieb uns gibt und da fallen die Kleinigkeiten durch und die groben Dinge, die bleiben hängen. Die erkennen wir, die bereinigen wir, die bringen wir in Ordnung. Und wenn wir im Glauben wachsen und in der Heiligung leben, dann muss dieses Sieb engmaschiger werden. Das heißt, die Löcher müssen kleiner werden. Immer kleinere Dinge müssen uns auffallen, dass wir sie in Ordnung bringen, dass wir sie lassen. Und wenn das nicht passiert, wenn wir immer noch sagen, das ist eine Kleinigkeit, das ist nicht so schlimm, dann beweisen wir, dass wir immer noch beim ersten großen und groben Sieb sind und nicht in der Heiligung leben. Unser Sündenbewusstsein muss zwangsläufig feinfühliger werden. Und wenn das nicht passiert, beweisen wir, dass wir nicht in der Heiligung leben. Und das ist sehr bedenklich. Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand, hier steht niemand, den Herrn sehen wird. Hebräer 12, Vers 14. Ohne diese Voraussetzungen werden wir zu denen gehören, die vom Kommen des Herrn überrascht werden. Und damit sind wir wieder bei 1. Thessalonicher 5. Wie kommt der Herr für uns? Als ein Dieb? Überraschend, weil wir in der Finsternis noch leben? Oder kommt er, weil wir ihn erwarten, weil wir vorbereitet sind, weil wir Kinder das Licht sind und gar nicht erwarten können, dass er endlich kommt und uns mit zu sich nimmt? Ich möchte mit einigen Versen schließen aus dem 1. Thessalonicher Brief nochmal. Möchte ich von 4 bis 10 den Abschnitt lesen. Auch als ihr ihr Brüder, das hatten wir schon gelesen, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Amen. Lass uns noch aufstehen zum Gebet. Ich möchte kurz mit uns dann beten. Herr Jesus, hab Dank für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Danke, Herr, dass du auf diese Erde gekommen bist und uns das Licht gebracht hast. Du hast gesehen, wie die Menschheit im Dunkeln lebt und im Dunkeln der Dasein fristet und du bist gekommen, das helle Licht und das dieses Licht in unser Herzen geschenkt. Danke, Herr Jesus. Vielen Dank dafür. Aber, Herr, du siehst, wie oft wir auch Finsternis wieder zulassen, weil wir nicht dir wirklich von ganzem Herzen nachfolgen. Du wolltest uns helfen, dass wir unser Leben überprüfen, dass wir verstehen, wo Finsternis ist, damit wir auch diese Finsternis durch dein Licht wieder vertreiben können. Durch Umkehr, durch Buße, durch Erneuerung und auch, dass wir diese Dinge lassen, dass wir nicht darin weiterleben. Herr, bitte hilf dir uns dabei und seid du mit uns. Amen. 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 Vielen Dank.